Ich bin darüber nicht so verärgert. Ich bin darüber nicht so verärgert. Sie spielen Videospiele. Sie spielen Videospiele. Er ist sehr ungeduldig. Er ist sehr ungeduldig. Du wirst zur Schule gehen. Du wirst zur Schule gehen. Verstehe mich nicht falsch. Verstehe mich nicht falsch. Das ist ihr Hundegebell. Das ist ihr Hundegebell. Ich werde kommen. Ich werde kommen. Ich werde morgen mein Zimmer aufräumen. Ich werde morgen mein Zimmer aufräumen. Das sind wunderschöne Sonnenblumen. Kann er jeden Tag zurückkommen? Kann er jeden Tag zurückkommen? Sam, du erinnerst dich, was passiert ist. Sam, du erinnerst dich, was passiert ist. Hatten sie jede Woche geöffnet? Hatten sie jede Woche geöffnet? War ihr Mann ein Psychiater? War ihr Mann ein Psychiater? Was ist du? Was ist du? Okay, wir müssen gehen. Okay, wir müssen gehen. Du siehst aus wie deine Schwester. Du siehst aus wie deine Schwester. Schaffen sie? Schaffen sie? Er spielt jeden Tag Gitarre. Er spielt jeden Tag Gitarre. Kann ich mein Getränk nachfüllen? Kann ich mein Getränk nachfüllen? Was ist deine Liebste? Was ist deine Liebste? Bitte ausfüllen. Bitte ausfüllen. Wie geht es dir heute? Wie geht es dir heute? Ich gehe aufs Gymnasium. Ich gehe aufs Gymnasium. Was ist der Zweck ihrer Reise? Was ist der Zweck ihrer Reise? Wie kann ich ins Museum gehen? Wie kann ich ins Museum gehen? Wo arbeitest du sonntags? Wo arbeitest du sonntags? Lass uns weitermachen. Lass uns weitermachen. Muss jetzt tanzen. Muss jetzt tanzen. Das ist deine Vorstellung von einem Witz. Das ist deine Vorstellung von einem Witz. Behalte es unter Kontrolle. Behalte es unter Kontrolle. Er würde es sich mittags ansehen. Er würde es sich mittags ansehen. Könnte er nicht normalerweise Musiker sein? Könnte er nicht normalerweise Musiker sein? Kann ich meinen Salat auch ohne Zwiebeln haben? Kann ich meinen Salat auch ohne Zwiebeln haben? Haben Sie eine Alkoholfreie Cocktailkarte? Haben Sie eine Alkoholfreie Cocktailkarte? Sie besteigen einen Berg. Sie besteigen einen Berg. Kann ich eine zweite Meinung einholen? Kann ich eine zweite Meinung einholen? Er ist im Urlaub. Muss er immer unterdrücken? Müssen wir nicht oft nachfüllen? Sandwich wäre toll. Sandwich wäre toll. Wir treffen uns um 17.00 Uhr im Park. Wir treffen uns um 17.00 Uhr im Park. Wie ist die Adresse? Wie ist die Adresse? Wessen Stift ist das? Wessen Stift ist das? Ich habe im Einkaufszentrum ein neues Hemd gekauft. Ich habe im Einkaufszentrum ein neues Hemd gekauft. Würde er jeden Monat Botschafter sein? Würde er jeden Monat Botschafter sein? Ich kann Punkte sammeln. Ich kann Punkte sammeln. Was machen Sie also beruflich? Was machen Sie also beruflich? Das steht dir sehr gut. Das steht dir sehr gut. Ich werde um 21 Uhr fernsehen. Ich werde um 21 Uhr fernsehen. Er muss von Zeit zu Zeit zum Arzt gehen. Er muss von Zeit zu Zeit zum Arzt gehen. Möglicherweise liegt es nicht daran. Er sollte für seine Prüfung lernen. Er sollte für seine Prüfung lernen. Er richtet im Gästezimmer ein Homeoffice ein. Er richtet im Gästezimmer ein Homeoffice ein. Ich werde meine Träume niemals aufgeben. Ich werde meine Träume niemals aufgeben. Schauen wir uns einige Lösungen an. Schauen wir uns einige Lösungen an. Kann ich mein Telefon benutzen? Kann ich mein Telefon benutzen? Ich habe ein blaues Auto. Ich habe ein blaues Auto. Ich verbessere meine Gitarrenfähigkeiten. Ich verbessere meine Gitarrenfähigkeiten. Können Sie sich oft anpassen? Können Sie sich oft anpassen? Komm wieder, Tommy. Komm wieder. Tommi. Empfangen Sie nicht im Morgengrauen? Empfangen Sie nicht im Morgengrauen? Du hast Nicole kennengelernt. Du hast Nicole kennengelernt. Sollte früher spielen. Sollte früher spielen. Wir werden Ihren Rat berücksichtigen. Wir werden Ihren Rat berücksichtigen. Erhört Radio. Erhört Radio. Während des Films sollte nicht geredet werden. Während des Films sollte nicht geredet werden. Es ist ein Privileg, Sie kennenzulernen. Es ist ein Privileg, Sie kennenzulernen. Er sieht müde aus. Er sieht müde aus. Können Sie nicht jedes Jahr Abgeordnete werden? Können Sie nicht jedes Jahr Abgeordnete werden? Kannst du den Sonnenaufgang ignorieren? Kannst du den Sonnenaufgang ignorieren? Ich werde tun, was immer du sagst. Ich werde tun, was immer du sagst. Das Treffen zwischen den beiden Staats- und Regierungschefs konzentrierte sich auf Handelsabkommen. Das Treffen zwischen den beiden Staats- und Regierungschefs konzentrierte sich auf Handelsabkommen. Könnten wir es nicht vergessen? Könnten wir es nicht vergessen? Ich helfe Ihnen gerne weiter. Ich helfe Ihnen gerne weiter. Bitte bringen Sie dieses Rezept mit in die Apotheke. Bitte bringen Sie dieses Rezept mit in die Apotheke. Ich bin kein Fan von Horrorfilmen. Ich bin kein Fan von Horrorfilmen. Wir können auch Guten Morgen sagen. Wir können auch Guten Morgen sagen. Wird es nicht helfen? Wird es nicht helfen? Im Winter ist es hier sehr kalt. Im Winter ist es hier sehr kalt. Werden wir nicht jeden Monat antworten? Werden wir nicht jeden Monat antworten? Irgendjemand anderes? Irgendjemand anderes? Meine Schwester war die Botin. Meine Schwester war die Botin. Werde ich zur Schule gehen? Werde ich zur Schule gehen? Möglicherweise bittet er Sie um Hilfe. Möglicherweise bittet er Sie um Hilfe. Zum Abendessen habe ich Nudeln gekocht. Zum Abendessen habe ich Nudeln gekocht. Gibt es Toiletten im Laden? Gibt es Toiletten im Laden? Er ging die Treppe hinauf. Er ging die Treppe hinauf. Sind Ihre Schwestern Platzwarte? Sind Ihre Schwestern Platzwarte? Lassen Sie mich wissen, wenn sich Ihre Situation ändert. Lassen Sie mich wissen, wenn sich Ihre Situation ändert. Die Farbe meines Autos ist gelb. Die Farbe meines Autos ist gelb. Ist Ihr Enkel krankenschwester? Ist Ihr Enkel krankenschwester? Sie gehen ins Kino. Sie gehen ins Kino. Sehen Sie sich den TV-Guide an. Sehen Sie sich den TV-Guide an. Ertrinkt Kaffee. Ertrinkt Kaffee. Dann werden wir es nicht anpassen. Dann werden wir es nicht anpassen. Freust Du Dich auf die bevorstehende Veranstaltung? Sein Nachbar ist Anwalt. Vielen Dank für Ihr Kommen. Du arbeitest jeden Tag. Du arbeitest jeden Tag.